Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich die Abschlussprüfungsaufgabe 2015 B1 für den naturwissenschaftlichen Zweig an einer bayerischen Realschule gerechnet hätte. Die Angaben findet ihr wie immer bei isb.bayern.de, bei Abschlussprüfungen suchen, Mathematik 1er Zweig 2015, da ist es wunderbar sortiert. Wir haben hier eine sogenannte Exponentialfunktion, das erkennen wir, dass die Variable im Exponenten steht. Wenn wir uns da jetzt bei der Aufgabe 1.1 die Definitions- und Wertemenge etwas näher anschauen sollen, da genügt uns ein Blick in die Formelsammlung. Formelsammlung Seite 34, die Definitionsmenge meiner Exponentialfunktion ist für alle x definiert. Definitionsmenge heißt ja, das sind deine x-Werte, die man hier sucht. Das heißt, egal was man da für ein x einsetzt, ist es immer völlig okay. Das heißt, wenn ich minus 3 für x einsetze, kommt ein wahres Ergebnis raus. Ich darf alle x-Werte einsetzen, dementsprechend ist auch meine Definitionsmenge bei meiner Aufgabe hier r. Die Wertemenge beim allgemeinen Fall, und der allgemeine Fall lautet ja a hoch x, der ist r plus. Das heißt, meine Exponentialfunktion bekommt immer nur positive Werte. Ist auch klar, wenn ich hier minus 3 einsetze, dann erhalte ich keinen negativen Wert, sondern nur einen Bruch. Also 0,75 im Nenner dann quasi geschrieben. Dementsprechend wird auch meine Exponential oder meine Potenz hier vorne, wird immer positiv sein. Und wenn ich von etwas Positiven minus 3 abziehe, dann muss mein Wert immer größer als minus 3 sein. Also ich habe hier was, was größer 0 ist. Davon ziehe ich 3 ab. Dann habe ich etwas, was auf jeden Fall größer minus 3 ist. Und das ist meine Wertemenge. Das ist für mich dann immer zum Nachschauen. Also der Standardwert ist a hoch x. Das ist quasi das, was wir hier vorne haben. Der ist immer positiv. Das können wir uns ja auch ganz leicht überlegen. Und wenn wir von etwas immer Positiven, also immer was größer 0 ist, minus 3 abziehen, dann muss es immer größer als minus 3 sein. Gleich kann es nicht sein, weil das hier nie 0 ergeben kann. Also hier kann man mit der Formelsammlung ziemlich viel arbeiten. Und dann geht es in der Aufgabe nur noch darum, das Ganze auch noch zu zeichnen. Da war es natürlich gegeben, im Intervall von minus 9 bis 4 zu zeichnen. Das heißt, der Schlauch am Schluss, den hätte ich mir sparen können. Bei der Aufgabe 1, 2, da geht es jetzt darum, dass erstmal eine orthogonale Affinität stattfindet und anschließend eine Parallelverschiebung. Also, ich muss durch orthogonale Affinität mit dem Faktor minus 2 und durch Parallelverschiebung auf diese Funktion hier kommen. Schauen wir uns in der Formelsammlung nach. Nachorthogonale Affinität bedeutet, dass meine ursprüngliche Funktion mit dem K-Faktor multipliziert wird, damit wir auf die neue Bildfunktion kommen oder auf den neuen Bildgrafen. Das heißt, K mal diese Funktion ergibt schon mal meine Funktion, F' schreibe, nenne ich die hier, weil F2 ist ja schon vergeben. Meine Funktion, wenn ich eine orthogonale Affinität mit minus 2 verwende, aufpassen, dass der Term für den Graphen der ersten Funktion geklammert wird, weil das minus 2 des K ja das ganze Y betrifft. Also, ich muss minus 2 mit der Potenz multiplizieren und minus 2 mit der minus 3, dann erhalte ich eben diesen Term. So, jetzt haben wir die orthogonale Affinität hinter uns. Jetzt kommt noch eine Parallelverschiebung mit minus 2 und 1. Und da können wir auch in die Formelsammlung Seite 34 reinschauen. Durch eine Parallelverschiebung wird hier oben der Exponent verändert. Das sehen wir bei allgemeiner Lage der Form. Das heißt, hier kommt das minus 2 dazu, aber hier wird es immer entgegensetzt verrechnet. Das heißt, ich muss hier nicht minus 2 rechnen, sondern minus minus 2, weil es eben ins Gegenteil verkehrt wird. Das haben wir ja bei der Exponentialfunktion schon kennengelernt. Der untere Wert, der Y-Wert, der wird addiert und zwar hinten dran zu der 6 dazu. Und wenn man das jetzt hier sich anschaut, ergibt es X plus 4 und hinten 7. Und das ist genau das, was am Schluss rauskommen sollte. Das heißt, wir sind fertig. Wir haben zuerst eine orthogonale Affinität gemacht, haben dafür einen Term oder einen neuen Funktionsterm bekommen und haben dann eine Parallelverschiebung gemacht und haben unseren neuen Funktionsterm bekommen. Hier müssen wir also wissen, wie man Abbildungen durchführt. Dann das Ganze noch einzeichnen und wir sind bei der 1,3. Da ist es jetzt so, dass die Punkte A auf der ersten Funktion liegen und die Punkte C auf der zweiten Funktion liegen. Und was habe ich sonst noch? Den Vektor AB. Also das sind jetzt meine Merkmale, die ich habe. Das heißt, für X gleich minus 5 gehe ich an diese Stelle, zeichne A1 unten hin, C1 oben hin, gehe dann 2 nach oben und 3 nach rechts. Das sagt ja mein Vektor. Oder eben 3 nach rechts und 2 nach oben. Lande bei B1 und das Gleiche mache ich für X gleich 1. Markiere die Punkte A2 und C2. Gehe dann 3 nach rechts und 2 nach oben und erhalte meinen Punkt B2. Das Ganze soll jetzt natürlich noch ein Drachenviereck werden. Dadurch, dass die AC meine Symmetrieachse ist, das steht ja auch so in der Aufgabenstellung drin, weiß ich, dass Punkt B mit einer Achsenspiegelung auf die andere Seite gebracht wird. Das heißt, ich zeichne zuerst einmal diese Diagonale und spiegle daran dann den Punkt B1. Genauso mache ich das hier, spiegle an dieser Diagonalen den Punkt B2 auf D2 und dann kann ich das Ganze zu Drachenvierecken verbinden. Bei der Aufgabe 1.4 soll man die Länge der Strecke A in Cn berechnen. Das ist relativ leicht, denn die liegen parallel zur Y-Achse. Also kann ich den Y-Wert von C minus den Y-Wert von A rechnen. Mein Y-Wert von C ist genau der von der zweiten Parabel. Und der Y-Wert von A, also nicht Parabel natürlich, sondern von meinem Graphen. Und der Y-Wert von A ist gerade der von der Exponentialfunktion meiner ersten Funktion. Also ziehe ich die beiden ab, da muss ich ein bisschen aufpassen, denn wenn ich jetzt hier quasi A in Abziehe, also den Term, muss ich in Klammern. Es wird ein Minus davor stehen, also werden die Vorzeichen da drin umgedreht, weil ich ja den ganzen Y-A-N abziehe, muss ich dieses Ganze eben noch klammern, bevor ich es auflöse. Hier fehlt hinten dran die zweite Klammer, fällt mir gerade auf. Die habe ich gemacht, damit ich gleich die richtige Einheit LE hinten dran setzen kann. So, und jetzt ist es ein Ausmultiplizieren. Als erstes lösen wir die Klammer auf, dadurch wird hier hinten ein Plus 3. Jetzt habe ich hier zwei ziemlich gleiche Potenzen, aber noch nicht ganz gleich. Hier steht X plus 2 und hier X plus 4. Das heißt, das hier kann ich schreiben als X plus 2 plus 2 und dann kann ich das schreiben als 0,75 hoch 2. Wem dieser Schritt jetzt zu schnell ging, nochmal kurz in die Potenzgesetze reinschauen. Auf Seite 16 kann man sich die Potenzgesetze anschauen. Ich kann einen Summanden in einer Potenz, also in einem Exponenten auseinandernehmen. Hier ist jetzt quasi der 2er gelandet. Hier habe ich ein X plus 4, habe ich X plus 2 plus 2 gemacht und habe dann 0,75 hoch 2 davor geschrieben mit einem Mal und das hinten so belassen. Also ich habe quasi eine hoch 2 rausgenommen. Und jetzt haben wir hier das Identische dran stehen. Hier, das können wir quasi verrechnen. Es gibt minus 1,125. Da haben wir hier minus 1 mal die Potenz stehen. Das heißt, das und das zusammen gibt minus 2 mal 2,125. Und hinten, das habe ich schon länger zusammengehandelt, gibt es 7 und 3 nochmal. Das hier ist ja quasi die gleiche Variable. Das hier und das hier ist dieselbe Potenz. Minus 1,125 die Potenz. Minus, und da steht nichts davor, aber dann kann man sich einmal denken, die Potenz. Wird minus 2,125 diese Potenz. Also quasi das hier als Variable sehen und die Vorfaktoren zusammenfassen. Und damit habe ich die Streckenlänge von a in c in berechnet. Schwierig wird es jetzt bei der Aufgabe 1,5. Da sollen wir zeigen, wann es eine Raute wird. Oder wir sollen die Koordinaten des Punktes b auf zwei Stellen nach dem Komma berechnen. Wann wird es denn eine Raute? Nun, da müssen wir uns den Vektor ein bisschen näher anschauen und das ist jetzt ein bisschen schwierig. Normalerweise gehe ich doch hier zum Mittelpunkt um 2 hoch. Wenn das jetzt eine Raute sein soll, dann ist der Punkt c eben nicht irgendwo, sondern der wird dann an dieser Diagonalen gespiegelt. Das heißt, vom Mittelpunkt zum Punkt d ist es genauso weit wie vom Mittelpunkt zum Punkt a. Und vom Mittelpunkt zum Punkt a sind es genau zwei Längeneinheiten, denn ich bin ja von a nach b zwei hoch gegangen, also muss hier zwei sein. Zwei Längeneinheiten lang. Das heißt, die ganze Diagonale wäre dann vier Längeneinheiten lang. Und diese Diagonalenabhängigkeit von x habe ich ja schon berechnet. Das heißt, hier setze ich die Diagonale gleich 4 und der Rest ist Umformung. Erst mal die 10 rüberbringen, dann habe ich schon mal das hoch 2 rausgebracht, damit ich nicht ein x hoch 2 dran stehen habe, also dasselbe wie ich es hier gemacht habe. Jetzt den 2 ja wieder nach draußen gebracht. Dann habe ich das hier ausgerechnet und minus 6 durch den Vorfaktor dividiert. Dann erhalte ich diese Gleichung und jetzt muss ich mit der Basisumrechnung beziehungsweise mit der Logarithmusumrechnung das Ganze noch umformen. 0,75 bleibt die Basis, das kommt in Logarithmus und ich kann nach x auflösen und x berechnen. Das Ganze muss ich jetzt im Taschenrechner eben so eingeben, log 5,02 durch log 0,75. So lautet die Basisumrechnung am Taschenrechner. Und ich erhalte meinen Wert minus 5,61. Das Problem dabei ist, dass dieser Punkt x ist ja jetzt der, der abhängig war vom Punkt a. Das heißt, wir haben noch nicht den vom Punkt b. Denn wenn er bei der Aufgabe 1, Punkt 3 nochmal reinlässt, dann ist ja der Punkt x oder die x-Werte sind abhängig von a und c. Das heißt, ich habe jetzt momentan erst den x-Wert für a und c. Wenn ich jetzt den x-Wert für b noch berechnen will, dann muss ich ja noch 3 nach rechts gehen, also 3 dazu zählen. Das ergibt ungefähr minus 2,61. So, und wenn ich dieses minus 5,61 dann auch noch in die Formel ursprünglich einsetze, kann ich mein y berechnen und dann noch den 2er dazu, den ich hier berechnen muss, damit ich zu meinem Punkt b komme, weil der muss ja noch 2 nach oben, dann komme ich auf den y-Wert. Nochmal langsam, das hier ist bis zu minus 3, ist ja der Term für meinen y-Wert von Punkt a. Also das ist ja meine y-Variable von Punkt a, eben mit dem x-Wert jetzt schon eingesetzt. So, und wenn ich davon dann dazu dann noch die 2 dazu addiere, um zum Punkt b zu kommen, dann erst habe ich die Koordinaten von Punkt b. Das war eine bisschen knifflige Aufgabe, einfach nochmal anschauen, wenn es nicht ganz verstanden worden ist. Hier wurde eben nicht nach dem x-Wert von Punkt a gefragt, sondern nach dem x-Wert von Punkt b. Bei der Aufgabe 1.6, da ist jetzt gefragt nach dem Flächeninhalt in Abhängigkeit von x, da kommt noch ein zweiter Teil, aber den machen wir dann am Schluss. Flächeninhalt in Abhängigkeit von x, das heißt, wir brauchen hier unsere Diagonalen, denn der Flächeninhalt ist ja 0,5 mal die eine Diagonale mal die andere Diagonale. Die eine Diagonale ist ac, die andere Diagonale ist bd und bd ist zwar nicht gegeben, aber ich weiß, dass ich vom Mittelpunkt zu b mit 3 Längeneinheiten komme, also komme ich auch vom Mittelpunkt zu d mit 3 Längeneinheiten, also ist die eine Diagonale 6 Längeneinheiten. So, und das Ganze nur noch zusammengefasst, dann habe ich meinen Flächeninhalt in Abhängigkeit von x, also 0,5 mal 6 multipliziert und mit beiden in der Klammer multipliziert. Aufpassen, dass wir hier gleich die richtigen Einheiten haben. So, und jetzt sollen wir zeigen, dass der Flächeninhalt immer kleiner ist als 30 fe. Da schauen wir uns das Ganze wieder an. Exponentialfunktion oder Potenzen, irgendwas hoch x ergibt immer etwas, was größer 0 ist, das haben wir ja vorhin schon festgestellt. Wenn ich das jetzt multipliziere mit etwas, was kleiner 0 ist, also was negativen, dann kommt etwas raus, was immer kleiner 0 ist. So, und 30 und etwas, was kleiner ist als 0, also negativ, wird insgesamt immer kleiner sein als 30 fe. Damit habe ich es dann also auch begründet. Ich habe gezeigt, dass eine Exponente, also hier, wo der Exponenten des x steht, dass das immer positiv ist. Mit einem negativen Faktor wird das immer negativ. Und damit wird der Flächeninhalt immer kleiner als 30 sein, weil ich ja von 30 immer was abziehen werde, weil der Teil davor immer negativ ist. Das war's von meiner Seite.